Da schlecht sind wir schlecht drauf. Ist es gut, wir haben noch drei Tage nervös. Weil wir genau wissen, das ist die Klimakatastrophe. Klaus-Jürgen Knacki-Deuser ist ein Hans-Dampf der Comedy-Szene. Er hat Formate wie Nightwash erfunden und damit unzähligen jungen Comedians eine Plattform geboten. Stehen zwei Mathematiker vor der Vorlesung. Gehen fünf Studenten rein, drei kommen raus. Sagt der eine, das war nur mit Nummer zwei reingehen. Da ist keiner mehr drin. Das sind die Kleinigkeiten. Bei mir lachen die Leute noch eine Woche später, weil sie dann erst die Witze verstehen hat, Knacki-Deuser einmal gesagt und bringt auch noch anderen bei, wie man solche Gags entwickelt, quasi als Comedian-Coach.